Ich mach dich gleich den Kopf kürzer! Kannst du einfach den Ausblick filmen? Kannst du mich einfach den Ausblick filmen lassen? Moin Leute, wir sind hier in Bayern. Guten Morgen, dein Name war? Victor. und wir schauen uns heute hier ein paar Bäume an. Das hat einen gewissen Hintergrund, die auch ein wenig später eingehen werden. Wir haben nämlich am 13.12. einen kleinen Charity-Stream im Großhaus. Ja, wird super, Leute. Ganz viele dabei. Ein paar Leute sind schon hier. Andere Leute, die auch kommen. Papa Flatte, Trimax ist mit dabei. Also eine Menge cool Leute. Romatra leider auch und Chef Strubel auch, ja. Ach ne, dann bin ich doch nicht dabei. Mein Gott, ja. Dann bin ich raus. Ja, ciao, Leute. Und wir sind eigentlich heute noch hier, weil wir haben die Möglichkeit, mit einer Kettensäcke zu arbeiten und Jan von Gewitter im Kopf ist hier. Und ich hoffe einfach, dass er irgendwie mit dem Kopf aufschneidet und dass ich damit auf nachher meine Dezembermiete zahlen kann. Ciao. Der Hund fährt jetzt einfach bei irgendwen mit. Also, wir sind hier, um einen Weihnachtsbaum zu fällen, ja? Weil, das ist nämlich erstmal für unseren Trailer gut und mit dem Weihnachtsbaum wird auch während der schaue eine Menge passieren. Das ist nicht schön. Meine Schuhe sind nicht dick genug. Deine Schuhe sind nicht dick genug? Ne, ich hätte die hier aus Schweden anziehen sollen. Ja, der Fertim mit einem dicken Baum ist ja auch gut. Really? Mein Hund ist gerade mit irgendeinem fremden Mann im Auto weggefahren. Kommt das regelmäßig vor? Dass der, ja, ja, ich geb den immer mal hier mal da. Ja, wir fällen heute einen Baum. Ich will, dass du irgendwas kaputt machst. Soll ich den, den Baumstamm kaputt machen? Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, gesägt, himmel irgendwie ein Bein ab oder so. Ah ja, okay, das lässt sich einrichten. Wir machen einen coolen Vorbeigeh-Shot. Guck mal, die sind so dumm. Diese Baumfarm hier funktioniert gar nicht, weil einfach keiner hingeht und diese Dinger mit Bone Meal wachsen ist. Guck mal. So, die sind hier für die Beschneidung, oder? Du hast doch zu viel Doom gespielt. Die sind wegen der Beschneidung hier, oder? Ja, okay, let's go. Okay, warte, willst du die halten? Ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? Soll ich sie dir anmachen? Warte, komm, ich mach das hier vorne auf der Karte. Aha! Du kannst dir einen Baum hier aussuchen, den du zersägen möchtest und eine Person aus der Gruppe. Ich vertraue dir nicht. Sobald ich so eine Achsel habe, habe ich einfach Bock, irgendwas kaputt zu hauen. Ich weiß auch nicht, warum. Du hast es beim Van-Trip die ganze Zeit gemacht. Beim Van-Trip habe ich die ganze Zeit nur Holz gefällt. Ich habe nichts anderes. Ich habe nur Holz gefällt. Ich habe nur gekloppt. Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin keinen Schritt weiter im Leben. Na toll. Die haben unseren Baum nicht geklaut, haben die! Die haben unseren Baum geklaut! Die haben doch nicht unseren Baum geklaut. Unser Baum ist da vorne. Boah, der ist da eine geile Sau. Pass auf, dann lassen wir den einen oben, in der Mitte und unten, dann in drei Teile und dann tun wir den Spiel zusammennageln. Jetzt finde ich... Nein! Okay, also ich sehe gerade, der Stamm wächst hier in die Erde rein. Ja, da müssen wir jetzt drunter krabbeln. Ja, anders geht es ja nicht, oder? Ja, wie machen wir das denn? Ja, komm Tim, krabbel mal da drunter, du machst das schon. Das ist die falsche Tange! Oh, f***! Geh mal die große, komm mal her. Sollen wir nicht erstmal da unten die Äste wegmachen vielleicht? Geh mal die kleine Achse. Äste weg, weil die mich nerven! Und jetzt mit der Seite. Und zwar so. So dagegen. Und irgendwann gibt der auf. Ah, f***! Nimm die Kettensäge, komm, f*** auf! Guck mal, mach mal den Ast noch weg, den ich da angeschnitten hab, links. Der hier? Ja. So, ich schalte mal hier die Äste weg, komm. Jetzt ist der Jan dran. Der haut die ganze Zeit daneben. Der Jan, der ist ein richtiger Mann, der ist ein richtiger Holzfäller. Noch mehr Äste? Du kannst doch jetzt an den Stamm gehen, wenn du willst. Ich würd hier noch vorne den einen wegmachen, wa? Ich mach dich gleich den Kopf kürzer. Wir haben doch hier ne Kettensäge, warum nutzen wir die nicht einfach? Weil wir darstellen wollten, wie lange es dauert, mit der Axt das zu machen. Wie früher? Ja, so, weißt du, wie vor 100 Jahren. Aber mit einer Stunde bist du auf jeden Fall dabei, glaub ich. Willst du auch mal Tipp? Oh, ne, mach mal. Patrick, gib mal weg. Ja, der kommt gut abwechselt. Boah, ja, jetzt hat er den Dreh raus. Ja, das ist doch sch***. Gib doch mal die Säge jetzt her, blöd sind ihr, Alter. Jetzt kriege Rückenschmerzen, au. Mein Freund, der Baum. Oh nein. Alter, das macht keinen Bock. Nee, ich würd mir doch nen Baum lieber kaufen, ich bin weg. Hab quasi Mode, haut raus. Das ist ja voll anstrengend. Ja. Was hast du gesagt, von oben runter hauen? Ja, ich würd halt nen Keil reinschlagen, ne. So machen der Depot, gesagt. Aber ich find die kleine Axt deutlich leichter als die große. Wir würden dann kurz irgendwo was essen fahren. Ich hab keinen Bock mehr. Perfekt. Ey, das ist so anstrengend. Warum nehmen wir nochmal nicht die Kettensäge? Wenig mehr. Ich wollt eigentlich einen Onlyfans machen mit Holzfäder. Content von mir. Aber ich glaub, ich mach einfach doch das mit den Kackwürsten. Erzähl ich später dann den Kontext. Also wenn man von hier guckt, ist man mehr als die Hälfte will. Der wackelt auch schon mächtig. Ich will nochmal ganz kurz sagen, wir haben hier ne Kettensäge. Warum benutzen wir die nicht? Ich dachte wir machen das wie vor 100 Jahren. Dann nimm dir ne Axt und such den eigenen Baum. Dann müssen wir nochmal erklären, was wir da machen. Oh. Victor, die sind stecken geblieben. Die Stecker sind fest. Yes. Ja komm, reicht. Das ist ne 1a Schnittfläche. Sieht super aus. Die ist nicht ausgefranst oder so. Die ist gut. Okay. Muttersäge? Ja, ja. Okay. Wer will? Jan. Ja, okay. So, wenn ihr die jetzt anmacht, dann lass es einfach abhauen. Ein bisschen Angst davor. Jetzt geht die Frisur kaputt. Sorry. Egal. Aber lieber sicher. Ja, das passt. Gib mir meine Kopf los. Mach's bitte. Wirklich? Ja, ja. Mit Hass. Okay, wo soll ich den Probeschnitt machen? Warum schreist du so? Hört gar nichts mehr. Jan? Ja. Ja. Ha 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 ha. Richtig gut gemacht Jan. Das war absolut toll. Ich bin in Werner Baumfäller-Style. Ja, dann habe ich jetzt einen neuen Schaden. Darf ich den noch einmal gerade schneiden? Ja. Kann ich versuchen? Okay, gib mir mal. Da war einer geübt. Sehr gut. Gib mir mal die kleine Axt, dann können wir den Takti noch wegmachen, weißt du. So, den haben wir noch einen. Weihnachten! Dafür haben wir jetzt die ganze Zeit reingeschraubt für den Ding. Du weißt, was du daraus schnittst. Ich schnittst daraus wieder einen Löffel. Für Suppe, Brei, für Pasta, für alles. Vakani! Wuhuuu! Geben gleich nochmal den Walzen, dann binden wir dich an den Baum. Ja? Und dann bleibst du da über Weihnachten? Nein. Ja Jungs! Ja Jungs! Ja Jungs! Wieso haben wir das Auto nicht einfach runtergefahren? Nein! Oh Junge! Stopp! Kurze Frage. Wie wollen wir diesen Baum und das Auto bekommen? Am besten mit der Spitze und dann lasse ich die Tür weg. Nicht so! Ach du! Ja? Ja? Danke für die Hilfeteben! Danke! Echte Maßarbeit hier! Das ist unser Weihnachtsbaum. Ja gut, ich finde das passt auch ganz gut zu dir. Ja danke! Stumm falsch! So, Baum ist eingepackt, alles parat. Können wir bitte, kannst du einmal da durch springen? Darfst du, dass ich dein Pasta-Boot auf diesen Hoch herkriege? Wir kommen hier eh nie wieder hin, also mach es einfach. Alle, kannst du bitte einmal da durch springen bitte? Ja. Nein ihr wollt nicht, der Herr ist ein bitte! Ja, ja, komm mach 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 mach! Ja, das ist super! Ja. Ja! Das ist super! Ja! Das war so knapp! Boah! Boah! Da lacht in dieser Mitte! Das war so knapp! Boah! Ja, was lacht in dieser Mitte! Boah! Alles klar, der kommt jetzt auch mit den Wagen rein! Das ist halt gemütlich hier! Bis gleich Mörder! Bis gleich Mörder! Wir sehen uns beim Meckes! Bist du gleich auch nochmal am Meckes? Bis gleich! Sind die das? Ja! Das ist ja eigentlich nichts bildlich! Das ist nur ein bisschen... Alter! Was? Wie die alle da drehen stehen! Boah, ich hätt doch noch gern ein Eis! Ich glaub, ich fahr nochmal ne Runde! So, Tobi! Gute Weihnachten dann an der Stelle, oder? Wie findest du den Baum, Leila? Ich find den wunderschön! Ist der nicht arschgeil geworden? Ja! Den haben wir selber gefällt! Meinst du, Kim wird sich aufregen darüber? Nee! Sicher nicht? Ist er jetzt in der Woche wieder da? Perfekt! Dann nadelt er und schmeißt... Oh ja! Das war's für diese Wiese!